Er läuft hier grad richtig gut, wa? Oh, ich jetzt? Hat er ihn vorher an? Warte, er hat gesagt Kampfrausch. Ich hab Kampfrausch gezogen. Alter, nicht dein Ernst. Du hast gesagt Kampfrausch. Ich hab Kampfrausch hier gesagt. Ich hab alles an den FCDs grad. Oh, 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 Junge. Chill mal. Chill deine Bass, Alter. Oh, oh, oh. Wechseln, wechseln. Also man kann auf jeden Fall erkennen, welcher Heiler Lust hat und welcher nicht so, wa? Wechseln. Wie meinst du das, Marek? Ne, der vorhin hatte keine Lust, dich zu heilen. Der jetzt geschafft. Er ist auf jeden Fall bemüht. Was? Richtig gut. Ich bin schon wieder irgendwie out of space. Out of space? Out of space. Na, so geil, war Robert? Hier so ein AOE-Run. Hahahaha. Alter, da kam das Ding aus, die da war gerade zu einer ganz schlechten Zeit, Alter. Hat sich was weggerissen. 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 Ja, der wird jetzt schön gebolstert. Ja, das ist umgrün. Das ist umgrün. Auf jeden Fall nicht auf den kleinen gehen. Ich verstehe gar nicht warum, Felix. Oh, mach ruhig. Du hast ja auch was weggerissen. Das ist der Punkt. Hahahaha. 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 Da war ich schon richtig ab, wollte ich sagen. Ja, Spalterroni, Alter. Alter. So hartgeslohn von der Corruption, scheiße. Oh, wenn die Kacke weg ist, Mann. Ich bin auch echt froh, wenn ihr den Müll nehmen wir mit hast. Ja, Mann. Ja, aber kommt so Dinge aus den jenseits. Der kreislob mich des Todes. Hütet euch. Ach, komm, scheiße. Na, hab ich die Katze aber blitzschnell rausgeholt, wa? Weil andere. Aber egal. Nee, war ich? Ich hab das auf dem Replay? Boah, bin ich schon wieder betäubt? Weil ich tot bin. Ich hab einfach kein Leben. Das ist gar nicht so cool. Ich hab einfach kein Leben. Und dabei haben wir ein Battle Reds frei. Ja, ja. Lohnt sich, würde ich sagen. Ja, ja. Oh, Mann, ey. Läuft bei dir, Mann, ey. Läuft bei dir, Mann, ne? Ich kann gar nicht, kann ich halt abwenden? Ja. Kannst du rumdrehen bei Blenden kommen, ne? Ja, das ja. Und aus dem Gift kann man auch raus. Es sei, man ist hier fangen. Ein bisschen Movement kannst du jetzt mal ruhig wieder, oder sowas. Hütet euch. Ach, der, der tot ist. Das kommt mir lag noch auf der Zunge. Felix, machst du die nächsten drei Minuten. Eigentlich mit euch spielen. Okay. Das ist gut. Komm voll runter, den Kack, ja. Ey, ich hab die Anzelt noch die Stacks drauf, ja. Kriegt mich bisher noch nicht hoch. Oh, okay. Ich wollte das nicht gleich verlieren, außer hier reicht heute so. Hallo. Hallo. Welch kommt da um die Ecke. Welch Ehre. Auch wie war gerade, oder? Ja, danke euch. Wie lange warst du wach? Die Frage ist ja, wie lange er geschlafen hat, oder? Nee, grad schön am Innis machen, ne? Und der Panther. Komm, rein da, Alter. Alle vier. Na, die Kacke. Obert Herr, wann bist du so ne Muschi geworden, ey? So spielen die ein Zelt. Das fängt halt schon wieder an, ey. Alter, Mann. Ey, wie spiele ich schon zuviel dir ein Zelt? Ja, das stimmt eigentlich auch. Alter. 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 Habt ihr jetzt nicht gesagt, oder? Habt ihr die mähne? Können wir davor platt machen, der nervt dann nicht mehr. Zu weit weg. Ah, bank wieder die Killermaschine. Alter. What the fuck. Alter legt mich so, Alter. Das ist gar kein Problem. Lauf ich halt nochmal. Hast du einen kurzen Weg? Gott sei Dank, stehen wir vor, es wäre ein langer Weg. Ja, ne? So, ich nehme jetzt mal einen Buff-Hut. Oh mein kleiner, lass es dir schmecken. Oh, kleiner Flammen-Tiger. Machen wir mit oder ohne? Nö, der kommt mit. Ziehst du hier in die Ecke, oder? Soll ich? Wie du willst. Können wir nicht bewegen. Oh, er braucht gar keine Coole aus. Okay, ich brauche der Zeit. Ah, lol. Ja, klar, nehm ich jetzt wir. Ist doch gar kein Problem, weiter. Ich sehe nichts mehr, meine Kamera ist komplett. Ah, lol. Sag mal, kommt gerade irgendwie ein bisschen viel schauen, oder? Ja, die Gruppe hat halt 4-6, ne? Boah, wir haben auch gegen Kampo-Aus. Also ich habe 7-30-Stacks, muss man jemanden abnehmen. 40, 41, 42. Ja, jeder, ich gehe nur direkt in dir. Ja, ja. Mein Magen hat ja auch verpennt, die einzige Fähigkeit zu usen, die er hier machen sollte. Welche habe ich denn? Kampffrausch. Ach, komm, den brauchen wir auch keinen Kampffrausch bei dir. Juhu. Zeig's mal. Easy, Alter. So den Kampffrausch hat der bloß... Alter, Robert, den kommt langsam an den Schaden dran, ne? Ah, Alter. Ah, langsam komm ich, Robert. Hast du das schon vor Angst, oder? Ah, shit. Wann haben wir jetzt einen Freiwilligen, der alleine die Bubbles spielt? Oh, ihr wollt Damage pushen, ihr Schweine. Wo sieht's aus? Oh, das ist das übelstimmt, Alter. Oh, nicht hier töten, ne? Also egal, eigentlich. Jawohl. Bei unseren Günthers vielleicht doch eher die RT. Robert hat's heute wäre die schöne Uniform und den schönen Charakter genommen. Ja? Wieso? Was meinst du? Kann ich laufen, oder wat, Jungs? Nein, 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 solange der Kugelwächter noch nicht auf der anderen Seite ist, ist es noch nicht. Kann ich? Jetzt. Kann ich? Ich bin ich so nicht. Ein. Ich bin so nicht. Ich bin so nicht. Ich bin so nicht. Aber jetzt werde ich mich angreifen, oder? easy so wie du wieder macht das alleine beide synchron den snap hier läuft nicht schon da ist 123 pet ist gestorben der feuervogel hat dann hier sagt also wenn ich gleich gucke das ob meine wir haben dann adoptiert du mich also nicht mehr die alte haben alle vier ja keine lichter anheimlich hoch perfekt das ist so ein maschalter alter jetzt sieht nicht mal jetzt kommt ich mache das auf ganz klaren befehlen muss hat genau präferieren ich liebe zandallari volksfälligkeit over the top alter genau für solche schichten ist aber schon dass die abbrechenden schaden fixen machte nicht bei dem afix nicht haben wir auch noch einfach mal spaß macht wenn er die pullen alles wieder keinen bock mehr gehabt das gefühl dass sie nie wieder kein bock oder kommandos gewartet was hat man mit dem kraft war schaden halb dr er hat man von mich erwähnt kürzer hat hat doch gereicht mitgliedert die ernein im grünen 2 Nein, alles cool. Oh, will jemand für mich die Umhang-Quests aufm Shami machen? Nope. Nope. Oh. Fuck auf den Müll.